Ja, vielen Dank, Frau Rainer Henke, für den schönen einführenden Vortrag. Ob es in Sensationen wird, weiß ich noch nicht, aber in gewissen Neuigkeitswerts auf jeden Fall. Und wir haben die Theorien, die ich jetzt hier in ein paar Minuten ausbreiten möchte, schon auf öffentlichen Vorträgen, internationalen Tagungen vorgestellt. Und da hat es immer sehr viel Anklang gefunden. Und von daher sind wir guter Hoffnung, dass da wirklich was draus wird in den kommenden Jahren. Gut, ich will mal beginnen damit, dass ich so ein klein wenig einführe in die Thematik, ein klein wenig so das Szenario ausbreite. Ich habe hier zwei Abbildungen von unserer guten alten Erde. Links, das ist eine künstlerische Darstellung der ersten Phase sozusagen, wie die Erde aussah, kurz nachdem ein Protoplanet einschlug, der Mond entstand. Da kann man so gerade eben von einem entstehenden Planeten sprechen. Auf der rechten Seite haben wir dann eine Aufnahme der Erde, so wie sie sich heute darstellt. Und dazwischen sind 4,5 Milliarden Jahre vergangen. Also die Zeitskala, die praktisch die bisherige Lebensdauer der Erde darstellt. Und wenn man sich überlegt, was 4,5 Milliarden Jahre sind, dann scheitert man immer so ein bisschen an der Vorstellung. Deswegen habe ich bei solchen Vorträgen mal beschlossen, die Zeitskala ein bisschen zu ändern. Ich tue mal so, als wäre die Erde ein Jahr alt. Ein Jahr kann man sich ein bisschen besser vorstellen. Man hat einfach mehr einen Bezug dazu. Das würde also bedeuten jetzt, dass die Erde am 1. Januar entstanden ist und am 31. Dezember das heutige Datum trägt. Was wir dann haben, ist ein Zeitmaßstab, vielleicht das kurz zur Illustration, wo eine Sekunde 142 Jahre und eine Stunde 512.000 Jahre bedeuten. Nur mal so als Relation. Man kann sich dann die Zeit natürlich immer noch nicht vorstellen, aber man sieht die Relation so ein bisschen besser. Das ist die Absicht dahinter. So, vor dem Zeitmaßstab jetzt dargestellt, die einzelnen Phasen der Entstehung des biologischen Lebens auf der Erde. Wir beginnen also wieder am 1. Januar, wo die Erde noch ein glutflüssiger, mehr oder weniger glutflüssiger Felsen ist, der dann allmählich erstarrt im Januar etwa. Irgendwann im Februar kommt dann das Wasser auf die Erde. Wie genau, weiß man immer noch nicht. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Dann kommt eine Phase, die man Late Heavy Bombardment nennt, wo also die Erde unter sehr schwerem Bombardement von interplanetaren Himmelskörpern stand. Und dann Ende März passiert es dann, dass das erste Leben auf der Erde auftritt. Was da vielleicht als erstes schon mal eine Überraschung ist, ist die Zeitrelation. Also die Erde beträgt schon wesentlich länger Leben, als dass sie ein toter Felskörper gewesen ist. Mehr als drei Viertel eigentlich des heutigen Alters der Erde ist die Erde schon bewohnt. Dann gab es allerdings eine sehr lange Phase, wo auf der Erde nur Einzeller existierten. Einzeller, vielleicht etwa von der Gestalt, das schon relativ komplexer Vertreter seiner Art. Da gibt es wesentlich einfachere Bakterien, Protozonen. Diese Einzeller haben über eine sehr lange Zeit hinweg als mehr oder weniger einziges Leben die Erde bevölkert. Wenn man damals auf der Erde gewesen wäre und hätte sich das angeschaut, hätten wir so schmutzig grüne bis bräunliche Fladen gesehen, Biofilme, also Strukturen, die rein äußerlich extrem unspektakulär aussehen mögen. Auf der anderen Seite haben die bewirkt, wovon wir heute noch profitieren, die haben nämlich zum großen Teil den Sauerstoff kreiert, den wir heute atmen können. Der Sauerstoff auf der Erde ist also quasi durch Photosynthese betreibende Einzeller entstanden. Der würde so etwa ab Juni einsetzen, die Sauerstoffentwicklung. Dann dauert es eben sehr lange, erstaunlich lange eigentlich, bis die ersten höheren, ersten besser entwickelten Vielzeller auftreten. Das wäre so etwa Anfang November gewesen, Ende Oktober, Anfang November. Und die ersten Vielzeller hätten auch etwa diese Gestalt gehabt, wären auch noch nicht viel auffälliger gewesen. Und wenn man mal so auf die ersten spektakuläreren Formen des Lebens schaut, die wir alle kennen, das Aurea eben, dann sind wir schon bei Mitte Dezember bis Weihnachten etwa. Also schon in einer sehr späten Phase. In einer sehr späten Phase. Da sind wir hier in einer Ecke, wo wir aus heutiger Sicht sagen, es liegt lange zurück, aber auf der Zeitskala der Entstehung des Lebens ist es eigentlich schon quasi das Ende, schon der krönende Abschluss. Wobei wir dann natürlich meistens an den Menschen denken, den habe ich auch eingeblendet, wobei das hier nur ein ganz schmaler Strich ist. Das ist, wenn man wieder die Zeitskala nimmt, quasi der Silvesterabend. Und auch die meiste Zeit davon sind die Menschen so herumgelaufen. Also wenn wir von uns als modernen Menschen sprechen, dann ist das so die Silvesterrakete zum Schluss. Mehr ist das nicht. Gut. Wenn man sich das anschaut, diese Entwicklung, die geführt hat von den ersten Einzellern bis hin zum Menschen, dann fällt es zunächst mal schwer, auch als Naturwissenschaftler zu verstehen, wie aus etwas so Einfachem wie einer einzelnen Zelle so etwas Komplexes wie ein Mensch entstanden ist. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach. Denn wenn man jetzt das Ganze als Chemiker sieht, man kann als Chemiker auch relativ komplexe Strukturen erstellen. Aber wenn man die dann sich selber überlässt, dann verwandeln die sich meist in einfacheres, weniger Komplexes. Was also die Triebkraft angeht, die etwas aus etwas sehr Einfachem, etwas sehr Komplexes gemacht hat, dann muss man etwas anderes dahinter vermuten, als jetzt mehr oder weniger einfache chemische Mechanismen. Was man dafür braucht, und das will ich kurz auch nochmal illustrieren, obwohl es die meisten von Ihnen schon kennen, ist ein Mechanismus, der sich Evolution nennt. Evolution beruht darauf, dass A, Information nicht immer exakt übertragen wird und dass B, eine Selektion stattfindet. Ganz kurz illustriert, wenn man sich hier Einzeller vorstellt, dann weiß man, diese Einzeller vermehren sich durch Teilungen. Wenn sie sich teilen, geben sie die Erbinformationen, die sie momentan haben, an den Nachkommen weiter. Bei dem Vorgang gibt es ab und zu Schwierigkeiten, Probleme, und der funktioniert nicht immer hundertprozentig. Und wenn dann ein defektes Genom an den Nachkommen weitergegeben wird, dann bedeutet das in 99,99 Prozent aller Fälle, dass diese Vertreter dann mit dem defekten Genom nicht besonders gut konkurrenzfähig sind, vielleicht gar nicht mal lebensfähig sind und ziemlich schnell wieder verschwinden. Hin und wieder aber zu 0,01 Prozent aller Fälle passiert es, dass so eine Mutation, so nennt man es einen Ablesefehler, zu etwas führt, was hinterher einen besser angepassten, einen besser überlebensfähigen Organismus hervorruft. Und wenn man sich dann vorstellt, dass der wieder sein verbessertes Genom sozusagen weitergibt, dann kann man leicht verstehen, dass er nach und nach die vorher vorhandene Art verdrängt. Die kann dann entweder ganz verschwinden oder, das war die falsche Richtung, die kann dann entweder ganz verschwinden oder es kann so sein, dass die sich in irgendeiner Nische verkriecht und dann zu einer zweiten Art wird, also die Arten dann verzweigen. Das kann natürlich wieder und wieder passieren. Und wenn man sich so einen Ablauf vorstellt, dann kann man sich relativ leicht ausdenken, dass also aus einfachen Zellen komplexere werden und aus den komplexeren Zellen schließlich vielzellige Organismen. Das ist also die Triebkraft, die wir dahinter vermuten. So, wenn man jetzt nochmal zu der Zeitskala zurückkommt, dann kann man sich auf die Art und Weise noch vorstellen, dass dieser Prozess stattgefunden hat. Wenn man daran zweifelt, dass es mechanistisch geht, dann braucht man sich eigentlich nur die Entwicklung eines Menschen anzuschauen, von der befruchteten Eizelle über den Fötus bis zum Neugeborenen. Da macht der Mensch quasi diese ganzen Phasen hier im Eilzugtempo durch. Die befruchtete Eizelle ist sowas wie ein Einzeller und die frühen Phasen vom Fötus, die ähneln mitunter durchaus frühen Phasen der vielzelligen Evolution. Also das kann man da quasi nochmal nachvollziehen. Von daher kann man sagen, so erstaunlich dieser Prozess sein mag, man kann ihn aus naturwissenschaftlicher Sicht verstehen. Man kann es nachvollziehen. Man kennt die Mechanismen dazu. Was uns aber Probleme bereitet, ist genau der hier, der Bursch, die erste lebende Zelle auf der Erde. Wir wissen heute aufgrund von Genomanalysen, dass alles Leben, was heute auf der Erde existiert, auf eine einzige lebende Zelle zurückgeht. Das heißt, es gab mal auf der Erde zu dieser Zeit, Ende März, gab es eine einzige lebende Zelle irgendwo auf der Erdoberfläche oder sonst wo, die dann sämtliches andere Leben hervorgebracht hat. Und das genau ist der Punkt, den man nicht so leicht verstehen kann. Wenn man sich vorstellt, wie komplex eine lebende Zelle ist, welches Zusammenspiel von komplexen Molekülen, von Organellen dann nötig ist, wie komplex zum Beispiel das Ablesen von einem Genom funktioniert, dann kann man sich praktisch nicht vorstellen, man kann es eigentlich ausschließen, dass sowas einfach per Zufall entstanden ist. Das ist denkbar unwahrscheinlich. Das ist eigentlich als unmöglich zu sehen. Was man heute glaubt, dem Mechanismus, den man heute vermutet, der zur ersten Zelle geführt haben könnte, ist der eine Evolution auf molekularer Ebene. Man stellt sich Folgendes vor, genauso wie sich bei den Einzellern, aus einfacheren Einzellern, besser angepasste, stärkere, effektivere, größere Einzeller gebildet haben, so haben sich auch aus den ersten Molekülen komplexere Moleküle gebildet. Voraussetzung dafür ist natürlich ein Molekül, das imstande ist, sich selber zu retuplizieren, von sich selber eine Kopie herzustellen. Und genau solche Moleküle gibt es, auch im menschlichen Körper gibt es die, das sind die Rebonukleinsäuren, die sind in der Lage, von sich selber eine Kopie herzustellen. Da dient ein Molekül dann als Matrix, andere Teile von Molekülen lagern sich an und dann wird eine exakte Kopie, erst dann negativ, dann wieder ein positiv hergestellt. Und so kann tatsächlich so ein Molekül von sich selber Nachkommen erzeugen. Und da kann dann genau dasselbe passieren, wie vorher bei den Einzellern. Da gibt es Ablesefehler, es gibt Reduplikationsfehler und diese Reduplikationsfehler können hin und wieder dazu führen, dass ein sich effektiver reduplizierendes Molekül entsteht. Und dann kann man sich vorstellen, wie die sich allmählich durchsetzen. Naja, dann sind wir immer noch nicht bei der lebenden Zelle, aber man kann dann verstehen, wie allmählich aus einfachen Molekülen komplexere werden, noch komplexere, wie zum Beispiel diese Moleküle dann andere Funktionen bekommen, als nur sich selber zu vermehren. Vielleicht Funktionen, die mit Stoffwechsel zu tun haben. Und das ist etwa der Ansatz, das ist natürlich alles noch weitgehend unbekannt, aber das ist etwa der Ansatz, wie man sich die Bildung einer ersten lebenden Zelle vorstellt. Die Frage ist jetzt natürlich, das ist die, die uns zentral beschäftigt, wo sind diese ersten Moleküle hergekommen? Die müssen ja irgendwo mal entstanden sein. Und zum Zweiten, wo hat dann dieser Vorgang, dieser Prozess, diese sogenannte molekulare Evolution, wo hat die stattgefunden? Und das ist eine Frage, die beschäftigt die Wissenschaftler schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da ist dieses Bild hier entstanden. Das ist die Idee, die dann als Ursuppe in die Geschichte der Wissenschaft eingegangen ist. Also man hat sich eine Ursuppe vorgestellt, eine Suppe, das ist jetzt hier durch diese Buchstabensuppe dargestellt, in der die molekularen Bausteine schwimmen, in der sie in der Lage sind, sich zu akkumulieren, sich anzureichern und dort dann ihre Evolution zu betreiben. Das war so in etwa die Vorstellung, die da herrschte. Natürlich hatte man, es war 1924, wo Oparin das vorschlug, der hatte noch keine Vorstellung, wo das war und wie das ausgesehen haben könnte. Der hat eben nur diesen Gedanken der Ursuppe dann entworfen. Es hat 25 Jahre gedauert, mehr noch 26 Jahre, bis ein Experiment stattgefunden hat, das da einen entscheidenden Hinweis gegeben hat, eine Idee geliefert hat für diesen Zusammenhang. Das war das Experiment von Stanley Miller, eigentlich war auch ein Urrei daran beteiligt, das heißt also Miller-Urreisches Experiment. Das sah folgendermaßen aus, der Miller hat in einem Kolben alle Bestandteile der Atmosphäre, der Ur-Erde zusammengemischt. Methan, Ammoniak, Wasserdampf, Wasserstoff, hat diese Bestandteile dann mit Wasser, mit flüssigem Wasser in Verbindung gebracht und hat dann innerhalb des Kolbens elektrische Entladungen gezündet. Er hat also das simuliert, was man sich vorstellen kann, das ist übrigens ein Vulkan, auch bei Vulkanen gibt es solche Blitze, solche Entladungen. Er hat also das simuliert, was man sich hier in der Ur-Erde vorstellen kann, was mit Sicherheit stattgefunden hat. Und das Überraschende war bei dem Experiment, er hat tatsächlich Bausteine der Biochemie gefunden, er hat Aminosäuren gefunden, er hat einfache Lipide gefunden, er hat einfache Zuckerbausteine entdeckt. Man analysiert übrigens an dieser Mischung heute noch, also diese Gefäße, die er aufbewahrt hat mit seinen experimentellen Ansätzen, die existieren heute noch und heute wird mit modernen analytischen Methoden gesucht, was da drin noch alles vorkommt. Also ein sehr reicher Schatz und dann kann man sich natürlich vorstellen, dieses Gemisch regnet jetzt herab, das landet in irgendwelchen Gewässern, sei es das Meer, sei es Seen, Tümpel und reichert sich dort in irgendeiner Weise an und dann könnte die molekulare Evolution stattfinden. Das Problem dabei ist so ein bisschen die Verdünnung. Also wenn man sich ein Meer vorstellt, wird es ein bisschen schwierig, weil das Ganze sehr stark verdünnt würde, aber immerhin, es ist ein plausibler Ansatz. Eine andere Theorie, Theorie Nummer zwei, die geht darauf ein, dass die Erde in einer bestimmten Phase, nach unserem Zeitmaßstab, so im Februar etwa, diesem starken Bombardement ausgesetzt war. Da sind jede Menge Meteoriten abgestürzt, viel mehr als heute. Das kann man mit der heutigen Situation gar nicht vergleichen. Da wäre das vielleicht sogar ein übliches Bild gewesen am Abendhimmel, dass man da Meteoriten abstürzend sieht. Die Mengen an Materie, die da auf die Erde gelangt sind, sind immens. Man kann die durchaus astronomisch nennen. Und man weiß heute, dass Meteoriten, Komete, interplanetares Material, das auf die Erde stürzt, viel organische Chemie trägt. Man hat dort schon Aminosäuren gefunden, man hat Zuckerbausteine gefunden, sehr einfache Zuckerbausteine. Und man kann deswegen durchaus vermuten, dass da einiges an organischer Chemie auf die Erde gelangt ist. Und dass man vielleicht auch den Einschlag dann überlebt hat, sodass dann, wenn die Einschlagstelle so ein bisschen abgekühlt ist, dort eben sich organisches Material hat akkumulieren können. Auch eine Möglichkeit für den Ausgangspunkt von so einer molekularen Evolution. Dritte Theorie, es gibt noch mehr, aber ich will mal nur drei zentrale Theorien vorstellen. Die dritte Theorie, die setzt in den Mittelpunkt heiße Quellen. Also heiße Quellen, wie sie zum Beispiel hier im Yellowstone Park vorkommen oder auch unter der Meeresoberfläche in Form von Whitesmokern, Blacksmokern, das sind so die Stichworte dazu. Je nach Zusammensetzung rauchen die weiß oder schwarz unter dem Wasser. Auch da könnte man sich vorstellen. Der Vorteil von dem Ansatz ist, dass die mit vulkanischen Gasen versorgt werden und vulkanische Gase enthalten, genauso wie die experimentellen Ansätze von Miller jede Menge Chemie. Das ist also jede Menge an chemischen Grundbausteinen drin und das ist tatsächlich so etwas wie eine große Schüssel, wie eine Ursuppe, die da vor sich hin köchelt. Jetzt kommen wir mit unserer Theorie. Jetzt kommt also Duisburg-Essen und zwar mit dem Postulat, dass die erste molekulare Evolution weder im Wasser noch auf den Kontinenten noch irgendwo in der Atmosphäre stattgefunden hat, sondern in dieser kontinentalen Kruste. Diese kontinentale Kruste ist nämlich nicht wie hier etwa dargestellt so ein homogener Kuchen, sondern die ist voller Spalten, voller Risse. Das ist eine Kruste, die aufgrund der Plattentektonik ständig zerrissen und zusammengestoßen, komprimiert wird und dann gibt es jede Menge solcher Spalten. Die sind teilweise sehr augenfällig, wie hier zum Beispiel der St. Andreas Graben auf dem amerikanischen Kontinent, sieht man sofort, aber sie sind manchmal auch sehr unauffällig. Wenn zum Beispiel eine Eifel wandern geht, kann man über diese Störungszonen drüber laufen und man merkt es gar nicht. Die sind also durchaus auch sehr wenig präsent. Wie sehen die jetzt aus? Das ist ein Bild von meinem Kollegen Uli Schreiber. Der hat das mal so dargestellt, wie man sich diese Spalten, diese Risse vorstellen kann. Das sind nämlich nicht auch einfach nur gerade Risse, sondern die haben jede Menge Höhlen, jede Menge Kavitäten, jede Menge tote Sackgassenartige Verzweigungen. Das wäre also die Sicht des Geologen und der stelle ich gegenüber die Sicht des Chemikers. Ich betrachte das als ein System zusammenhängender Reaktionsgefäße. Das sind lauter kleine Reaktionsgefäße, die ständig von unten her mit vulkanischen Gasen versorgt werden, sozusagen mit Rohstoffen, die laufen da ständig durch. Und was uns insbesondere interessiert, ist dieses Nebeneinander an Wasser und Kohlendioxid. Aber daneben findet man dann auch Ammoniak, man findet Wasserstoff, man findet Methan in großen Mengen, man findet Zyanwasserstoff, also eine ganze Menge an chemischen Grundstoffen, die unter anderem auch von Miller verwendet wurden, um seine Aminosäuren zu synthetisieren. Für uns besonders interessant ist die Tiefenzone von 1 bis 8 Kilometer. Dort nämlich haben wir hier überkritisches Kohlendioxid und das ist ein ganz interessanter Zustand von Kohlendioxid. Wir kennen ja Kohlendioxid als Gas, vielleicht auch noch als Trockeneis und vielleicht auch in solchen Patronen als Flüssigkeit. Aber Kohlendioxid kann in einem sogenannten überkritischen Zustand auftreten und ist dann ein Lösemittel etwa wie Chloroform. Das ist ein wunderbares organisches Lösemittel. Man kann zum Beispiel Kleidung damit reinigen. Und hier unten haben wir flüssiges Wasser und diese beiden Phasen, das heiße flüssige Wasser neben dem überkritischen Kohlendioxid bildet zusammen ein Reaktionssystem, das der Traum aller organischen Chemiker ist. Mit dem kann man also jede Menge synthetische Chemie betreiben. Wir haben damit schon viel experimentiert. Wir haben zum Beispiel schon Vorläufer von Proteinen hergestellt, sogenannte Polypeptide. Wir haben Lipide hergestellt, also auch biologische Substanzen, zum Beispiel Phospholipide, Lecithin kann man darin präparieren. Das ist also ein wunderschönes Reaktionssystem, das sehr vielseitig verwendbar ist und von dem man sich sehr gut vorstellen kann, dass da die ersten Moleküle des Lebens entstanden sind. Das ist noch nicht alles. Diese Systeme hängen ja alle miteinander zusammen und wir haben ein Transportsystem dazwischen. Wir haben Aufsteigen des Kohlendioxid, Kohlendioxid ist am leichtesten, aber wir haben auch Wasser und dieses Wasser kann sowohl aufsteigen als auch sinken und damit hat man die Möglichkeit, zwischen allen Reaktionsgefäßen Stoffe auszutauschen. Das ist fast ein bisschen wie eine chemische Fabrik, kann man da drin sehen. Und ähnlich wie eine chemische Fabrik auch irgendwo eine Zone hat, wo man die ganzen Produkte in Säcke füllt und auf Paletten stapelt, so hat man hier auch eine Zone, einen Bereich, wo die ganzen Produkte gesammelt werden. Das ist die obere Zone, das ist in ein Kilometer Tiefe, dort verwandelt sich das überkritische CO2 in unterkritisches. Da wird es plötzlich ein sehr schlechtes Lösemittel und da fallen dann die ganzen Chemikalien, die ganze Chemie, die weiter unten entstanden ist, die fällt da oben aus und sammelt sich so richtig an. Da gibt es aber noch einen Aspekt, der noch wichtiger ist, das ist nämlich der, dass diese Zone auch wandert. Das hat zwei mögliche Ursachen, zum einen die Gezeiten. Damals war der Mond viel näher an der Erde als heute und der Gezeitenberg, der Effekt der Gezeiten war etwa dreimal so stark wie heute. Und zusätzlich gab es auch noch Geysire und diese Geysire sorgen ebenfalls für Druckänderungen und alle diese Druckänderungen, die sorgen dafür, dass sich diese Zone verschiebt. Und das regelmäßige rhythmische Verschieben dieser Zone, das hat zur Folge, dass ein Kreislauf entsteht. Das ist jetzt so ein bisschen der zentrale Aspekt unserer Theorie. Es entsteht nämlich ein Kreislauf, bei dem überkritisches CO2 immer wieder zu unterkritischen wird. Hier haben wir Wasser mit überkritischem, fangen wir mal da an. Dieses überkritische CO2 nimmt jetzt die ganze organische Chemie, die sich weiter unten gebildet hat, auf und löst sich hier drin. Jetzt kommt unser Geysir oder unser Mond, zieht an der Wassersäule, senkt den Druck, dann wird das CO2 unterkritisch und dann fällt zunächst mal das Wasser aus in Form von ganz kleinen Tropfen. Wir kriegen also viele Wassertropfen und alles, was an organischer Chemie hier drin ist, wird mehr oder weniger in den Wassertropfen oder an die Oberfläche des Wassertropfens gezwungen. Das kann gar nicht anders. Und dann bildet sich so eine Schicht, die dann wiederum wechselwirkt mit derselben Schicht auf dem Wasser. Und wenn diese Tropfen dann absinken, dann entstehen sphärische Gebilde. Und diese Gebilde, das sind, ja, das postulieren wir als unsere Protozellen. Das ist jetzt natürlich nicht nur Fiktion, nicht nur Theorie. Hier ist eine Mitarbeiterin von uns, Frau Maria Davila, Postdoc aus Spanien. Die hat bei uns angefangen mit dem Betreiben einer Hochdruckzelle. Das ist eine Hochdruckanlage hier, die in der Lage ist, bis zu 1000 Bar zu erzeugen. Und damit können wir genau die Verhältnisse, wie sie in 1 bis 8 Kilometer Tiefe in solchen Spalten herrschen, simulieren. Das passiert in dieser Zelle hier. Das ist die eigentliche Hochdruckapparatur. Alles andere ist nur das Drumherum. Und wenn man jetzt in so einer Hochdruckzelle mal diese Situation einstellt, Wasser mit überkritischem CO2, und dann haben wir da noch ein Molekül drin, das ein bisschen wie eine Seife funktioniert, dann kann man jetzt diesen Prozess, den Effekt des Mondes oder den Effekt eines Geysirs simulieren. Das haben wir jetzt mal gemacht. Und da sieht man, dass da plötzlich so ein feiner Nebel auftaucht. Das sind die ersten Tropfen. Der Nebel wird dann allmählich dichter. Wir kriegen mehr und mehr von diesen Tröpfchen, die sich hier ausbilden. Und dann sinken diese Tropfen irgendwann, wenn man ein bisschen wartet, nach unten. Das kann man hier jetzt relativ wenig sehen, mit bloßem Auge. Aber wenn man es unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man jetzt diese Gebilde. Da sieht man Gebilde, die ja auf den ersten Blick ein bisschen was von Einzellern haben. Das ist natürlich Unsinn. Die leben nicht. Das sind tote Hüllen. Aber sie haben einen interessanten Aspekt, nämlich die Membran dieser Hüllen. Die sind praktisch genauso aufgebaut wie die Membran einer heute lebenden Zelle. Die haben auch so eine Doppelschichtstruktur. Das heißt, es bildet sich spontan, ohne dass man weiter was macht, außer den Druck ein bisschen variieren, bilden sich spontan Hüllen aus Zellmembranähnlichen Häutchen, die dann um die Hohlkörper herum gebildet werden. Die haben auch eine Größe etwa von lebenden Zellen. So 20 Mikrometer wäre so eine Durchschnittsgröße von einem Einzeller vielleicht, von etwas größeren Einzellern. Manchmal haben die auch in sich nochmal weitere Hüllen eingeschlossen. Also da findet man auch manchmal weitere Strukturen im Inneren dieser sphärischen Gebilde. Die sind nicht immer rund, gibt es auch in länglicher Form. Manchmal meint man sogar zu erkennen, dass die sich ein bisschen unterteilen können. Da gibt es auch manchmal Stäbchen, die sich dann so schlauchartige Stäbchen, die sich ausbilden können. Also da gibt es sehr interessante Strukturen. Und wir glauben jetzt, das ist unsere Theorie, dass dieser Prozess der Ausbildung von diesen sphärischen Gebilden, von diesen Protozellen, dass der stattgefunden hat in solchen Spalten und das auch heute noch stattfindet. Da sind wir relativ überzeugt davon. Und damit haben wir natürlich da jetzt einen neuen Aspekt ins Spiel gebracht. Könnte man natürlich sagen, naja, das ist eine von vielen Theorien. Es gibt ja noch mehr, die ich noch gar nicht genannt habe. Es gibt noch eine Pyrid-Theorie, das an mineralischen Oberflächen passiert ist. Was können wir jetzt vorbringen, um unsere Theorie zu stützen? Nun, wir haben als einzige Theorie, als einzige unter den bisher genannten, den Vorzug, dass wir eventuell noch Spuren davon finden. Das ist jetzt das Spannende daran. Das ist jetzt nämlich ein Quarzkristall. Solche Quarze, die wachsen auch als sogenannte Gangquarze in diesen Hohlräumen, in diesen Kanälen, in diesen Schächten. Und wenn die Quarze wachsen, dann schließen sie mitunter so feine Kavitäten ein. Und diese Kavitäten, die sind normalerweise viel kleiner, wir haben eine relativ große ausgesucht, diese Kavitäten schließen dann das ein, was als gasförmige Phase drumherum vorliegt. Das heißt, da können wir unsere Ursuppe finden. Man könnte sagen, das ist quasi sowas wie Ursuppe in Dosen, wenn man so will. Aber das ist jetzt natürlich erstmal die Stunde des Geologen. Das ist der Uli Schreiber, der hier schon vor einiger Zeit vorgetragen hat, von nicht allzu langer Zeit, wie ich gehört habe. Und er ist Geologen, und reist gerne nach Australien. Und er findet in Australien solche Felsen, die schon sehr alt sind, schon an sich, so um die drei Milliarden Jahre. Aber in diesen Gesteinen kommen Mineralien vor. Und darin sind Gangquarze, die vier Milliarden Jahre alt sind. Also wir haben hier vier Milliarden Jahre alte Gangquarze vorliegen. Das ist auch ein Bereich, wo so ein Gang existierte. Das kann man an der Art der Gesteine sehen. Und an der Stelle schlägt die Stunde der Analytiker. Jetzt kann man nämlich diese Quarze nehmen, sie aufbrechen, sie durch den Mahlvorgang öffnen und dann schauen, welche Substanzen werden dann freigesetzt. Das ist ein Verfahren, das bei uns der Herr Oliver Schmitz betreut. Das ist auch relativ einzigartig auf der Welt. Also ein sehr fähiges. Wir haben da sehr, sehr viel Glück, muss ich sagen, dass er mit diesem Verfahren hier anwesend ist. Seine Stoffe subtrahiert. Das sind also nur die Stoffe, die innen eingeschlossen waren. Jeder Punkt hier ist eine eigene chemische Substanz. Ich will Sie jetzt nicht damit langweilen mit einer Auflistung von der ganzen Chemie, aber das ist irgendwie wie so ein Katalog von einem Chemikalienanbieter fast. Und zwar gar keine einfachen Verbindungen. Das sehen Sie ja in der Länge der Namen. Das sind durchaus sehr komplexe organische Verbindungen, die wir hier finden. Und unter anderem finden wir genau die Moleküle, die in der Lage sind, solche Membranen aufzubauen. Also zum Beispiel, hier ein Beispiel zu nennen, diese Hexadekansäure. Das ist so ein Molekül, das imstande ist, eine Membran zu bilden. Wir finden aber noch mehr. Wir finden zum Beispiel Furane. Und Furane sind Abbauprodukte von zuckerähnlichen Substanzen. Also da ist durchaus einiges drin. Und an der Analytik arbeiten wir gerade. Und wir versuchen dann sozusagen unsere Theorie von zwei Seiten zu belegen. Einmal von Seiten der Analytik und dann von Seiten der synthetischen, der präparativen Nachempfindung sozusagen, die Simulation dieses Vorgangs. Naja, und was das zentrale, der zentrale Bestandteil eigentlich ist von unserer Hypothese, ist dieser Zyklus. Dieser Zyklus ist nämlich das perfekte Ambiente für molekulare Evolution. Wenn man sich das mal anschaut, was hier passiert. Hier werden organische Moleküle, zu denen gehören ja die, die sich selber reduplizieren können, die werden immer wieder eingeschlossen. In dem eingeschlossenen Zustand bilden die quasi sowas wie eigenständige Welken. Können also hier drin sich quasi vermehren, reduplizieren. In jedem Tropfen ist eine eigene Welt. Kann sich sozusagen das Molekül durchsetzen, das die beste Kapazität, die beste Fähigkeit besitzt, sich selber zu reduplizieren. Dann wandern diese Moleküle in Form dieser Vesikel, nennt man diese Strukturen auch, dieser Vesikel wieder in die wässrige Phase. Irgendwann gehen die Vesikel kaputt. Die haben nur eine endliche Lebensdauer im Wasser und dann verteilen die sich neu. Dann kann also sozusagen ein erfolgreiches Molekül, das hier irgendwo entstanden ist, sich auf ein großes, großflächig auf ein Medium verteilen und dann wieder erneut in solche Vesikel eingebaut werden, sodass sie immer wieder die Chance bekommen, sich gegen andere Moleküle durchzusetzen. Man hat damit eine sehr, ich würde mal sagen, eine ideale Umgebung, um molekulare Evolution zu betreiben. Das hat keine andere Theorie, kann dieses Angebot machen, kann man sagen. Naja, und das ist eben unser Ansatz. Wir glauben, dass die erste lebende Zelle, die sogenannte Protozelle, dass die so entstanden ist auf die Art und Weise, eben nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe einer tektonischen Spalte. Und wenn das so ist, hätte der Ansatz auch noch seinen besonderen Reiz, er wäre nämlich praktisch von dem, was an der Atmosphäre vorzufinden ist, unabhängig. Er könnte in jedem Himmelskörper, jetzt kommen wir auch zu irgendwelchen fremden Planeten, wir wissen ja zum Beispiel, dass allein in unserer Milchstraße, wenn man mal die Erdähnlichkeit als plus minus 10, plus minus 20 Prozent ansetzt, plus minus 10 Prozent der Temperaturen, plus minus 20 Prozent bei der Gravitation, dann bedeutet das, dass wir etwa auf jeden lebenden Menschen auf der Erde einen Planeten allein in unserer Milchstraße haben, der potenziell Leben tragen könnte. Und wenn man jetzt sagt, okay, Leben entsteht in der Tiefe der tektonischen Spalten, die auf jedem Felsplaneten irgendwo existieren müssten, dann könnte dieses Leben eben sich allmählich in den Spalten entwickeln, könnte sich dann, wenn es aufsteigt, Richtung Atmosphäre, Richtung Oberfläche, könnte sich dann ganz allmählich an die an der Oberfläche existierenden Randbedingungen angepasst haben und so hätte es quasi wesentlich bessere Startchancen, als wenn es direkt in der Atmosphäre, direkt an der Oberfläche entstehen müsste. Okay, das ist jetzt also ein bisschen eine extraterrestrische Perspektive, die ich da zum Schluss noch eröffne, aber natürlich sind wir weiter dran, unsere Hypothese zu belegen. Wir machen jetzt, wie gesagt, Versuche von beiden Seiten. Es werden weiterhin Kristalle untersucht, die als Gangquarze oder ähnliche Mineralien, die in solchen Gängen wachsen, gefunden werden und wir werden gleichzeitig die gefundenen Moleküle bei unseren Versuchen in der Hochdruckzelle einsetzen, um dann zu schauen, was kann aus diesen Molekülen werden, wie können diese Moleküle eine Evolution ausbilden und hoffen, dass wir dann unsere Hypothese damit weiter belegen können. Okay, an der Stelle würde ich mich über Fragen freuen und meinen Vortrag erstmal beenden. Danke. Applaus 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 Applaus